Ja, hallo und hallo und hallo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite, der Indie Shopping ist mit mir immer gleich. Ja, Leute, es gibt das Schwert scheinbar noch irgendwie in dem Spiel. Durch einen Bug oder einen Trick, so richtig klar ist es jetzt noch nicht. Aber jemand hat dazu ein Video gemacht und Epic Games hat das bestätigt. Also sie werden mit der 7.1er-Version diesen Bug rauspatchen. Schauen wir uns doch mal an, wie das da passiert ist. Das ist das hier. Hier gibt es das Statement dazu. Und hier gibt es das Video dazu. Schauen wir uns mal das Video kurz an. Epic, what? Epic, can you tell me what the fuck's going on? Infinity Blade, it's vaulted. Right here. Infinity Blade vaulted. This man is using it. What? What? He literally got it. And I can't go back and watch him. Because it says he's not from my replay region. Okay, we'll go slow. So, ja, hier ist es dann auch fertig, das Video. So. Also, Video, ähm, beziehungsweise, Schwert gab es noch im Spiel, oder gibt es noch im Spiel? In dem 7.1er-Patch ist es dann raus. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber mega-assi, ich wäre ausgerastet, wenn wir auf Söhm angetroffen wären. Zum Glück ist das nicht passiert. So, dann gibt es ein weiteres Update. Hier betrifft das Snowboard. Auch hier gibt es nochmal irgendwelche kleinen Probleme, Schwierigkeiten. Und deswegen wird das Snowboard nicht in dem 7.1er-Patch drin sein. Das wird noch alles nochmal nachbearbeitet. Eigentlich schade, weil auf das Ding habe ich mir, auf dieses Snowboard freue ich mich schon riesig. Das ist mit Sicherheit mega-cool. Wird bestimmt hammer viel Spaß machen. Ja, ähm, schade eigentlich, aber ist ja nicht, ist ja nicht komplett aufgehoben, ist ja nur aufgeschoben. So, also. Demnächst Snowboards in Fortnite. Cool. Jetzt habe ich mich selber weggemacht. So. Dann schauen wir da jetzt mal in den heutigen Shop rein. Gucken wir mal, was hier so aktuell am Start ist. Und jetzt hier haben wir jetzt den Ski-Profi. Das ist cool. Für die einzelnen Länder gibt es den Ski-Profi jetzt hier. Das sieht cool aus. Schon geil. Alter. Kanada. Mega geil. Great Britain. Sieht auch nice aus. Frankreich. Also dagegen sieht unsere irgendwie scheiße aus, muss ich jetzt sagen. Deutschland. Aber, aber, Leute, ganz ehrlich, wer ist am besten getarnt in der Schneelandschaft? Wer ist am besten getarnt in der Schneelandschaft? Unser Outfit, ja? Das ist hier in alles nicht. Aber hier. Wir. Weiß. So, dann haben wir hier China. Korea. Und eine normale Schiebdäse. Ja, mega geil. Dann lasst uns mal ganz kurz in die aktuellen, also ich gebe denen auf jeden Fall 8 von 10. Ich finde die richtig nice. Schau, lassen Sie uns mal in die aktuellen Noten von euch reinschauen, was da so aktuell am Start ist. Hier, 4,36 von 5. Da haben wir 4,85 von 5 für Kanada. 4,17 von 5. Also, auf jeden Fall kommen die auch gut bei euch an. Mega geil. So, dann gehen wir mal hier raus. Und das Ganze gibt es natürlich auch nochmal in der weiblichen Version. Kicken wir uns hier mal durch. Wir sind ein klein wenig überrascht. Und das ist so ein kleines Land wie Korea geschafft hat, hier reinzukommen. Korea. So, ein klein wenig überrascht, muss ich euch sagen. Aber gut, die müssen es ja selbst wissen. Wenn man da Australien fehlt, Russland fehlt. Jetzt mit Sicherheit das eine oder andere Land auch noch geben. Was hier für eine Frage. Wie kommen mehrere? Na gut, es ist Korea mit dabei. So, also. Oder nicht Eisenhäuser, die mich gönne. Bewundert mich nur ein klein wenig, weil es glaube ich andere Länder gibt. Irgendwo noch ein bisschen größer sind aus Korea. So, dann schauen wir mal. Ich wuchte, was ich da. Wenn das hier, was weiß ich, einer da. Der Kim Jung oder was weiß ich, was hier am Rad dreht und mir hier ein Kömpchen auf mein Haus schmeißt. So. Also, dann haben wir hier die Lama-Glocke. Und jetzt wird es wieder lustig. Und jetzt wird es wieder lustig. Oh, das könnte ich jetzt stundenlang machen. Okay, jetzt drei Stunden lang die Lama-Glocke. Das ist aber auch geil. Wie, diese Gesichtsausdrücke von der, ne? Die sind echt cool gemacht, würde ich sagen. War sich gerade so anstrengend hier. Also, ich bin ja geil. Und, ja. Nice. Die Lama-Glocke kriegt von mir 10 von 10 inzwischen. Also jetzt wird immer kultiger. Ich komme damals mit dem Ding nicht so viel anfangen. Aber ich finde sie immer geiler. Je öfter ich die sehe, finde ich sie noch geiler. 4,68 von 5 bei 62 Schmutz. 231 wie meiner ist inzwischen. Am 20. August 2010. So, dann haben wir hier einen Skischuh. Einen Skischuh. Ein Skischuh. Mit einem Skistock drin. Alls. Pickel. Wie geil ist das denn? Das finde ich ja echt mega witzig. Den Skischuh. Er kriegt von mir, ich glaube, das ist die erste Pickel, die von mir 10 von 10 kriegt. Sehr witzig. Das haben wir hier 4,17 von 5 bei 6 Votes. 9 Reminders. Cool. Rote Verteidigerin. Ja. Kriegt von mir 4 von 10. Wo ist es denn? Ah, Scarlet Defender. Das ist ein Scarlet Defender. Ja. 3,96 von 5 bei 27 Schmutz. 8 Spielmeister. Dann haben wir hier diesen komischen Wrestler da. Der sieht scheiße aus. Sorry, aber... Der Schmutz sieht richtig kacke aus. Das ist hier dieser Mast Fury. Und... Der zum Beispiel sieht scheiße aus. Ja. Das ist zum Beispiel so einer, wo ich sage, ja, der sieht scheiße aus. Und der kriegt doch von mir ein 0 von 10. So. Sieht der kacke aus. Also. 1,62 von 5. 13 Modes. 2 Reminders. Ist ja�� جäめ third ADO. Ja. Tama. Das sieht scheiße aus. Da sieht noch ein Stagedive aus. So. Er kriegt von mir 4 von 10. Das Stagedive ist ein normaler Standardgleiter. Sieht jetzt nicht mega scheiße aus. Es ist aber auch nicht so toll. 2,71 von 5 bei 7 Modes. Und dann kommen wir mal zu dem hier. So. Fertig. Ziemlich coole Remote. Den müsste sich eigentlich der Herr sofort holen. Schon nicht schlecht. So. Würde ich sagen. Solide 8 von 10. Für den so. Fertig. Und Noten. 3,2 von 5 bei 10 Modes. 3. September 2018. Wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Wenn es wieder heißt Fortnite. Ich schaue noch einmal so. Tschüss.